schlüssel nein nein das ist sehr komisch aber gut wir wissen jetzt wie wir jederzeit zum tutorialgebiet zurückbekommen also zum asylung hier halt für die untoten und wenn wir irgendwo von einem boss einen schlüssel bekommen nicht sterben nicht sterben zweihand modus schild raus das war panik modus definitiv ich wollte eigentlich nur das schild wechseln habe dann das andere dringend gewechselt da egal schild raus seelen einsammeln ganz entspannt die feuertyptür auch mich tot auch mich tot so geht das nicht panisch in die türen verkeilen dreht habe ich tot habe mich dort so irgendwo irgendwas gräber nicht besonderen gräber vielleicht wo ein text aufploppt ein verlorener und tut da ja ich glaube da war im tutorial auch schon da ich habe damals aber nicht aufgesammelt oh warte mal da ist noch ein nest okay ich will dieses nest gib mir warm gib mir weich dich kenne ich aus dark souls 2 gegenstand warm und weich puppe nein geborstener rote augapfel gold hat das wird meine waffe verändern das wird nicht sehen abfall ablegen oh nee das wollten sie nicht kupfermünzen ist auch nicht warm und weich roter brocken wird nicht weich sein nee fällt mir jetzt ad hoc so nichts ein aber wenn wir später mal irgendwas warmes weiches finden ich weiß aus dem aus dark souls 2 da war es halt ein runder stein dann sollten wir hier zurückkehren tutorial gut also definitiv sehr viele secrets und anspielungen und schleichwege und alles sehr schön jetzt aber nach hause haben boge woge wenn ich emphas burnig falle ich runter wir haben einen heimkehr knochen bekommen das ist richtig was ist wenn ich ein heimkehr knochen benutzte und dann sofort hierher fliegt dann habe ich keinen weg mehr zurückkehren zurück. Richtig. Richtig. Also es muss theoretisch einen regulären Weg geben, hier rauszukommen, oder? Oh, da hinten auf den Ruinen liegt noch ganz... Kommen wir da irgendwie rauf? Ja. Ja. Das da sieht aus wie ein Gebiet. Das ist aber auf der falschen Seite. Nee. Auf der Seite ist die verschlossene Tür. Das heißt, hinter der verschlossenen Tür ist noch das Gebiet da. Was nicht so groß zu sein scheint, aber wer weiß, wie weit in das Gebirge das noch runter geht oder so. Abgefahren, abgefahren, abgefahren. Okay. Ich laufe mal ganz kurz zurück zu einem Leuchtfeuer. Verbrauche die Seelen und dann springe ich beim Nest runter. Einfach mal so, um zu gucken, ob da irgendwas muss das Loch wieder zu tun. Sehr komisch. Aber dass das Loch wieder zu ist. Nicht, dass der Boss jetzt wieder da ist. Das wäre komisch. So, wir wollen aufsteigen. Wir hätten gerne da lange nicht gemacht. Stärke. Jo. So. Jetzt würde ich gerne eigentlich würde ich gerne noch mal runterfallen, um zu gucken, ob da jetzt der Boss wieder ist. Deswegen mache ich das einfach mal. Nö, kein Boss. Okay. Haha, ist er drunter gesprungen. Hoch. Also, das hätten wir auch getestet. Jetzt aber zum Rabennest. Gucken, ob es eine Option da gibt. Wenn es keine gibt, runterspringen. Und dann kommt entweder eine coole Cutscene, wo ein Rabe uns auffängt. Oder wir sind tot und laufen vom Leuchtfeuer da wieder hin, um unsere 2000 Seelen einzusammeln. Eins von beidem. So, trinken. Wir wollen ja mit vollem Leben in den Tod springen. Komm her. Du bist der eine, der nicht runtergesprungen ist. Du warst der Plügel, oder? Siehst du mal, was dir das geholfen hat? So. Feuertypen. Ganz ruhig, Girgon. Ganz ruhig. Feuer ist nicht schlimm. Nächster. Dong. Nächster. Nächster. Dong. Okay. Okay, okay, okay. Dong. So. Jetzt hoch. Gucken, ob ein Text auftaucht. Und wenn kein Text auftaucht, laufe ich einfach geradeaus weiter. Dann werde ich eventuell mit einer Cutscene belohnen für meinen Mut. Oder mit einem Tod für meinen... Oh. Okay. Es kam eine Zusammenrolloption, aber ich war schon zu weit vorne. Da hinten ist mein Seelenhaufen. Ja. Ja. Okay. Okay. Warum kam das letzte Mal nicht? Ich muss echt komisch gestanden haben. Ich hätte gerade schwören können, ich habe wieder was gehört. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, hinter der Tür oben im Tutorial geht es weiter und da ist noch ein Boss. Das heißt, wir haben hier innerhalb von ein paar Metern drei Bosse gehabt. Später. So, komm mal her. Ding, ding. Splash. Gut. Seelenhaufen einsammeln und dann endlich nach Hause fliegen. So. Jetzt zusammenrollen und warten. Zusammenrollen. Sehr schön. Mal gucken, wo wir uns absetzen. Unten beim Leuchtfeuer, beim Feuerband schreien oder oben wieder in seinem Nest. Und nächste Frage. Na, im Nest, okay. Nächste Frage. Wer war der andere Typ, den der Vogel abgesetzt hat im Nest? den der depressive Typ gesehen hat? Nächste Frage. Was leuchtet da hinten so komisch? Oh Mann. Okay. Ah... Dort. Nächste Frage. Wo taucht ich jetzt auf? Fragen über Fragen. Ich bin jetzt im Asyl der Toten. Weg. Also, in der Kirche war definitiv ein helles Licht von oben zu sehen. Da könnte noch irgendwas sein. Und wie gesagt, der depressive NPC, der unten im Feuerband schreien sitzt und bei jedem Satz kichert, der hat uns gesagt, dass er gesehen hat, wie der Rabe einen Typen in seinen Krallen hingebracht hat. Und wir haben jemanden schnarchen hören. Den schnarchenden Typen haben wir immer noch nicht getroffen. Außer, es war der Ritter, den wir jetzt geschüttet haben. Aber das war eine Hülle. Also denke ich hier nicht. Also der war wirklich tot, untot, tot. Nicht so wie wir. Untot. Ne? Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie es mit den Höhlen und den Untoten funktioniert. Aber ich denke, es gibt Untot, das sind alle, die wir treffen. Und es gibt Höhlen, ne, warte. Ja doch, wir sind alle untot. Aber es gibt ja noch Höhlen, die haben denn gar keine Menschlichkeit mehr in sich. Das sind die Monster, die wir ganz da töten. Die Untoten, die noch mit uns reden, das sind einfach nur Untote und keine Höhlen. Ich glaube, so rum war das. So, zusammenrollen. Nicht in den Tod stürzen. Nicht in den Tod stürzen. Ganz vorsichtig gehen, da oben ist nur ein sehr schmaler Grat. Und vorher noch gucken, was mit dem Licht ist. Aber nicht mit den Bewegungstasten, sondern nur mit der Kamera. So. Okay, da hinten ist eine komische Mauer, aber die interessiert nicht. Also das da. Das sieht nämlich sehr abgefahren aus, diese Ringsysteme. Das meine ich gar nicht. Ich meine, da. Ich gehe erstmal kurz von diesem Sims runter. Warte, 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 warte. So. Da. In dem Loch, im Dach. leuchtet was. Ich würde gerne auf das Dach da. Mit dem schmerzhaften Weg überhaupt. Wie komme ich? Ich würde gerne hoch. Wie komme ich hoch? Ich hätte von oben besser fallen sollen. Oder hier vielleicht? Ah, okay. Okay, okay, okay. Das ist mein Wimmern. Das ist der Schlüssel, den wir da brauchen. Gott. Was ist jetzt hier? Nichts. Da ist nur eine Lichtreflexion. Das sind die Lichtstrahlen, die von hier starten, damit es unten aussieht, als wenn die Sonne hier reinscheint. Richtig. Ach, weiß was. Ich habe sowas von nichts zu verlieren. Roll da rein. Das passiert, wenn man untot ist und Langeweile hat. Man springt durch Löcher in nichts. Lord, du. Hast nichts Neues. Ne. Hast nichts Neues für uns. Wir haben so schräge Dinge verlebt bisher. Okay. Trinken. Wir gehen jetzt wieder hoch mit diesem Fahrstuhl. Wir gehen wieder zu dem Nest. Wir fliegen wieder ins Tutorial-Gebiet und machen da die verdammte Tür auf. Ich hätte zuerst looten sollen und dann den anderen Weg. Hier ist toll und so. Also, einfach nur rollen war das. Einfach nur rollen. Ja. Sehr gut. Roll. Hallo, Rabe. Kicherst schon wieder. Ich weiß das. Kicherst, ob wir schon wieder dahin fliegen müssen. Aber es ist schön, wie sich alles nach und nach zusammenfügt. Unser Seelenhaufen da drin haben das Ding markiert als unser Gebiet. zusammenrollen. So schräg alles. So verhabtschräg. Als ich mich zum ersten Mal zusammengerollt habe, dachte ich auch, was zur Hölle soll das? Ich kann mich zusammenrollen und wieder aufstellen. Was soll das? Das wäre ich zu ungeduldig gewesen, hätte ich niemals das Gebiet wieder erkannt. Äh, wieder gefunden. Hammer. Absolut Hammer. Okay. Ja. Setz mich da ab. Danke. Warum auch immer du uns immer hin und her fliegst. Vor allem, warum du deine Eier immer wieder hin und her fliegst. Weil, wenn wir uns zusammenrollen, sehen wir aus wie eins deiner Eier. Ähm. Achso, wir waren bei keinem Leuchtfeuer, deswegen bringt das Spiel immer noch, wir hätten alle getötet. Okay. War kurzfristig irritiert. Wir gehen trotzdem kurz im Leuchtfeuer hier, um unsere zwei Flaschen aufzufüllen. Wer weiß, was in dem Gebiet kommt. So. Und jetzt stehen wir gleich auf und gehen in das neue Gebiet. Und jetzt stehen wir gleich, Vielen Dank.